Vorausschaubar Als vorausschaubar bezeichnet man das, das man vorhersehen können. Vorausschaubar heißt auch vorhersehbar. Im Nachhinein ist es leicht, Dinge als vorausschaubar zu bezeichnen. Viele sagen, das war ja vorausschaubar, obgleich es niemand vorausgeschaut hätte. Vieles ist unklar und wie sich Dinge entwickeln, weiß man nicht. Man sollte deshalb vorsichtig sein, bevor man etwas als vorausschaubar bezeichnet. Mensch denkt, Gott lenkt. Mensch dachte, Gott lachte.